Aber ich denke, das machen wir schon, oder? So lange dauert es ja auch nicht, wenn man alles überspringt, quasi. Einfach nur durchläuft. Man ist ja Speckstein zufällig. Nein, Schotterbusch. Da, was soll's sein? Keine Ahnung. Ihr seid grimmiger außer Sonnens, hattet ihr Ärger? Er ist gar kein Ausdruck. Man hat mich um die Zeche geprellt. Da war ein paar Mal so ein Kerl hier. Hat immer schön anschreiben lassen, wenn er sich den Wands vollgeschlagen hat. Und jetzt lässt er sich nicht mehr blicken. Die Stadtwache kann ich dabei nicht belästigen. Jetzt suche ich jemanden, der sich diesen Kerl vorknüpft und mir zu meinem Geld verhilft. Wie sieht's denn mit euch aus? Würdet ihr nach ihm suchen? Ich kann es versuchen. Was konntet ihr mir denn dafür... Was konntet ihr mir denn zu dem Kerl sagen? Sein Name ist Regas. Eigentlich hat er einen ehrbaren Eindruck gemacht. Könnte mich jetzt noch ohrfeigen, dass ich mir so die Hörner hab aufsetzen lassen. Frag mal im Silberkrug nach. Dort ist er wohl zuletzt gewesen. Vielleicht weiß Tradan mehr. Und, wie geht's dir so? Alle mal hergehört. Konntet ihr schon was herausfinden? Wegen was? Ah, ich konnte die Mörder Sandors zur Strecke springen. Sein Tod wurde gesühnt. Habt's vielen Dank. Ich werde euch das niemals vergessen. Jetzt kann die Seele meines geliebten Drachen endlich in Frieden ruhen. Wenn ich noch etwas für euch tun kann, lasst es mich wissen. Darf ich Fragen stellen? Fragt. Äh. Das haben wir bestimmt schon gefragt, oder? Was kann ich für euch tun? Nichts. Aha. Und wie sieht's mit euch aus? Wer stört? Ich. Merkt ihr nicht, dass ihr stört? Hm. Auf jeden Fall alle sehr gesprächig. Ihr seid also doch interessiert an dem Bürstenset mit der Gratis-Kiste-Seife-Pastel. Nein. Äh. Nein. Um Gottes Willen. Das haben wir schon mal probiert, oder? Ist das schon so ewig her? Aha. Ihr seid... Alles krass, das ausverkauft. Achso, ja, okay, gut. Und was mit dir, Meister... Äh... Hamringer? Ach, der fängt auch damit an, auf einmal hier irgendwelche Sachen zu erfinden. Also man sieht... Wir müssen echt nochmal irgendwie alles ablaufen, damit wir auch schon alle Quests mitnehmen können. Was... Einiges an Zeit dauern wird. Aber ich glaube, wir müssen auch so nochmal zum Silberkrug. Der trifft sich da eigentlich ganz gut. Nicht, dass wir dann... Zum Silberkrug gehen. Dort in Schottag wir treffen, wenn der... Oder Speckstein, wenn der da überhaupt ist. Dann... Zum Hafen, in die Taverne, die Quests bekommen und dann nochmal zum Silberkrug gehen müssen. Das wäre natürlich blöd. Also... Ich hoffe natürlich, dass der Speckstein hier zu finden ist. Ich weiß es nicht. Aber... Wahrscheinlich ist es... Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Taverne Silberkrug. Also wenn dann wenigstens in der Quest gesagt werden würde, wo der ist. Oder halt auf der Karte angezeigt. In welches Gasthaus man da gehen muss, das wäre schon sehr praktisch. Aber ich meine, wenn sie nicht mal... Bei der Schatzsuche da einem... Wenigstens ein kleines bisschen helfen, dann warum denn hier? Mit den NPCs, da kann man auch nicht so würdig interagieren, oder? Ein Holzfäller? Aha. Du bist nicht der Speckstein. Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Ähm... Ich suche einen gewissen Regasch. Kennt ihr ihn? Regasch, der Zwerg... Ah... Ist das der Typ, der den Brunnen reparieren soll, vielleicht? Das kann sein. Den habe ich doch eben noch gesehen. Habt euch wohl gerade die Klinke in die Hand gegeben. Rote Bart, fein gekleidet, trägt heute eine Mütze mit Feder. Erschuldet wird Schotterbusch, die Zeche etlicher Besuche. Ah, ein Zechpreller also. Bei mir hat er auch schon ein paar Mahlzeiten und ättliche Humpen in der Kreide stehen. Na, der kann was erleben, wenn er das nächste Mal kommt. Also, rote Bart und Mütze mit Feder. Okay. Richtig. Genauso hat das... Genauso, das hat der Halunke an. Als er eben hier war. Er kann ja noch nicht weit gekommen sein. Wenn ich mich beeile, erwische ich ihn vielleicht noch. Habtank. Tschüssl. Gut. Ich glaube, wir können bald den Brunnen reparieren. Und dann vielleicht auch ins Zwergenviertel kommen. Schauen wir mal. Rote Bart, Mütze mit Feder. Die sehen ja irgendwie alle so aus, die Zwerge. Also. Du anscheinend nicht. Gute Frau, ich nehme noch einen aus dem Fass dahinten. Gerne doch. Aber mir wäre es wirklich lieber, wenn ihr jetzt gleich zahlt. Schreibt es einfach mit an, ich bitte euch. Unter Regas. Vom Anschreiben kann ich meine Fässer aber nicht füllen. Gebeam. Seht, ich bin täglich in der Stadt. Ich zahle euch das nächste Mal aus. Ihr seid doch wohl jeden Marktag hier. Ja, das will ich. Oder jeden Tag. Ich werde mir euer Gesicht... Tag und Nacht. Gute Spiel. Der Regas. Also, geh mal lieber den Brunnen reparieren, Junge. Ja, bitte. Seid ihr Regas? So ist es. Wer fragt? Ich. Schluss mit den Spielchen. Wirt Schotterbusch schickt mich. Ich soll die Zeche eintreiben. Schhhh. Nicht so laut. Also, raus mit den Penunsen. Wo? Wollen wir die Sache nicht anders lösen? Drei Silberlinge. Und ihr vergesst, dass ihr mich getroffen habt. Vom knausrigen Schotterbusch bekommt ihr bestimmt nicht so viel als Belohnung. Zechprellerei. Und jetzt auch noch Bestechung. Das wird ja immer toller. Am besten, ich hole gleich die Stadtwache. Oder ich übe selbst Justiz. Da habt ihr auch wieder recht. Die Angelegenheit hat mich ohnehin schon mehr Zeit gekostet, als mir lieb wäre. Ihr gebt mir die drei Silber und ich lasse euch laufen. Also, für drei Dukaten würde ich es mir überlegen. Aber für drei Silberlinge? Nö. Nein, nein. So weit müssen wir es dann auch nicht kommen lassen. Ich gehe sofort ins flinke Frettchen und zahle Schotterbusch aus. Da verheimlicht doch was. Hinter der ganzen Angelegenheit steckt doch mehr. Ich sehe es euch an. Ich... Ja, ja, ihr habt recht. Ich mache das auch nicht des Geldes wegen, sondern... Nun ja, ich wohne als angesehener Bürger in der Grafenstadt. Durch all die Regeln der Etikette, auf Dauer sind solche Dinge doch sehr zermürbend. Da kam ich eines Tages auf die Idee, mich ab und an mal unter die einfachen Leute zu mischen. Unter falschem Namen versteht sich. So konnte ich einfach meinen Alltag entfleuchen und Dinge tun, die ich sonst nie tun durfte. Und das soll ich euch glauben. Bei Ingrim, es ist die Wahrheit. Wenn ich mich so in meinem eigentlichen Umfeld betragen hätte, wäre mein guter Ruf sofort dahin gewesen. Tja, und jetzt habt ihr mich erwischt. Wenn das Publik wird, ist mein Ruf erst recht dahin. Irgendwo kann ich euch ja verstehen. Aber als ehrenhafte und angesehene Bürger dieser Stadt, solltet ihr zumindest auch inkognito eure Zeche zahlen. Also gebt mir das Geld, wir wird Schotterbusch und begleicht in Zukunft eure Rechnungen. So müsst ihr euch auch wenige sorgen, dass eure Posse aufliegt. Ich habe vollkommen recht. Ich sehe es ja ein. Gut, dann werde ich von einer Meldung bei der Stadtwache absehen. Habt Dank. Die Sache sollte möglichst kein Aufsehen erregen. Ich werde auf der Stelle zum flinken Freitag hingehen und die Angelegenheit persönlich bereinigen. Nochmals meinen Dank, dass ihr die Sache so diskret behandelt. Schönen Tag euch noch. Ich mach das schon. Ja, ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Ah, das ist nicht der Typ, der den Brunnen reparieren soll, anscheinend. Der Zeichpreller. Der Effekt der Brunnen. Da steht da irgendwas. Handwerker. Brunnenreparatur. Bla, weiß ich nicht. Berichte Schotterbusch. Wie auch immer. Heißen ja alle gleich hier. Also ist es vielleicht doch der Wirt aus der Taverne in dem Ding. Wo ist es? Wo geht es hier zum Hafen nochmal? Da vorne. Ähm, aus dem Fuhrmannsheim. Der Speckstein. Der seine Schmuckschatulle da vergisst. Äh, vermisst. Dann trifft es sich ja eigentlich, dass wir nach Fuhrmannsheim gehen. Fuhrmannsheim gehen. Wenn wir da eh nochmal alles absuchen wollen. Aber, ich denke... Das machen wir etwas später. Weil, jetzt müssen wir erstmal hier... Wird ich... Hä? Betrunken noch. Ja, schön. Äh, jetzt müssen wir erstmal hier... unsere Belohnung abholen. Hätte der Zwerg uns eigentlich auch wirklich das Geld geben können? Wären wir da eh hingehen. Aber ich meine, das wäre ja zu viel verlangt. Ein bisschen Kombinationsgabe und... Einfachheit und so. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Hängt er jetzt hier zufällig rum? Sieht nicht so aus. Wäre schön gewesen, wenn man das jetzt sehen würde, wie er bezahlt und dann angeschissen wird von dem... oder so. Aber naja, gut. Tag. Was soll sein? Wegen dem Zechpreller. Ihr braucht gar nicht weiterzureden. Ich weiß zwar nicht, was ihr mit ihm eingestellt habt, aber dieser Rehgast war hier und hat es auf den letzten Heller bezahlt. Zum Dank gibt es ein schönes Helles aus Haus. Ach ja, und diese Dukaten für die Mühe. Hier. Vielen Dank. Wie viel haben wir bekommen? Weiß ich nicht. Einen wahrscheinlich. Irgendjemand hat da jetzt anscheinend ein Level-Up. Ich nehme die Sache in die Hand. Ich mache das schon. Ich versuche mein Bestes. Aha. Skelett können wir erhöhen. Scheint also der Modifikator wirklich mit der Stufe zusammenzuhängen irgendwie. Und wenn die jetzt alle gelevelt haben... Okay, noch nicht ganz alle. Vorkrim noch nicht, aber der müsste eigentlich... Sehr bald. 28 Erfahrungspunkte noch. Und dann ist er auch auf Level 7. Und dann kann man auch wieder ein paar Talente hochleveln, denke ich mal. Das schadet ja nichts. Doch nun geht es Richtung Fuhrmannsheim. Und leveln tun wir später. Und sobald wir die Kette abgegeben haben, sind wir dann wahrscheinlich auch... ...mit den Erfahrungspunkten so weit, dass wir da... ...dingsen können. Wo geht es denn hier zum Fuhrmannsheim? Da geradeaus. Hier lang. Das machen wir mal so. Da muss ich nicht auf die Tasse drücken. Ist doch auch was Schönes. Drücke J oder auf die Kampfverhalten-Symbole rechts unten an den Charakterporträts... ...um deine Helden in einen aggressiven Kampfmodus zu schalten. Sie werden dann Gegnern reichweit automatisch angreifen. Das ist hervorragend. Allerdings konnte ich den Rest nicht mehr lesen. Und wo geht es denn jetzt hier weiter? Oder wo gehen wir lang? Einfach mal überall. Überall lang gehen. Das wird da schon hoffentlich... Was macht denn Feuerfliegen? Ah, hier drinnen in der Stadt. Wurde auch Zeit, dass sich endlich mal jemand um diese Nester kümmert. Aha. Nester wollte damit etwas sagen, dass es mehr als nur dieses eine gibt. Aber ja doch. Ich habe in ganz Fuhrmannsheim welche gesehen. Wenn diese Viecher hier herumschwirren, kann sich doch kaum jemand auf die Straße wagen. Ich sage euch was. Ihr seid so spielend mit diesem Nester hier fertig geworden. Kümmer euch bitte auch um die anderen. Ich habe gerade gedacht, hoffentlich ist es nicht so eine Quest, wo man durch die ganze Stadt laufen muss und solche Sachen einsammeln muss. Wie in Fable die Zwerge und Bücher und Silberstüssel und so. Und dann sowas. Keine Sorge, diese Feuerfliegen werden schon bald keine Gefahr mehr sein. Dachte ich es mir doch, dass ihr hier jemand seid, der Taten sprechen lässt, anstatt sich mit Worten herauszureden. Ich zeige euch die Stellen, wo ich Nester gefunden habe auf eurer Karte. Ah, okay, gut. So muss es sein, dass es einem angezeigt wird, wo man hin muss. Dann passt es. Dann ist es kein Problem. Nicht, dass man jedes einzelne Fleckchen absuchen muss. So ist das doch schon sehr angenehm, das Ganze. Da vorne ist auch gleich schon das nächste. Gladys? Kannst du zufällig? Oh, fein. Nein, okay. Na, gehen wir mal mit Rolana vor. Da kommen wahrscheinlich eh keine Feuerfliegen raus. Okay, soviel dazu. Äh. Ja, klar ran. Für die Kölner, für Rondra. Da passt auch... Reicht auch ein einfacher Schlag. Brauchen wir keinen extra starken... Da. Aber warum sind bei dem einen Feuerfliegen einfach in Vorhin keine Feuerfliegen rausgekommen? Komisch. Fische, frische Fische. Flusskarten, Anbarsche, Plötzen. Alles, was Schuppen hat, findet ihr hier. Gibt es was Neues? Frische Fische, erst heute. Fische, frische Fische. Oh, hallo. Was darf es denn sein? Habt ihr auch was anderes als Fisch? Ich erinnere mich, dass du da ein magisches Amulett hast. Magiekunde, ey, das reicht nie, um das zu identifizieren. Ne Kettenhaube. Na, komm, gib her. Charakter. Achso, das hast du bekommen. Ja, gut. Äh, du sollst das identifizieren. Achso, auf einmal. Achso, war ich mit dem Charakter? Aha, okay. Amulett der Konstitution. Konstitution plus eins. Konstitution 15, 16. Ja, das passt, ja. Äh. Hat sie noch mehr Leben? Wer hat ja hier schon dieses Mut-Amulett?